Was geht ab Freunde, zweimal die Karacho-Neuheit von diesem Jahr im Norma für 5 Euro mitgenommen. Also jetzt 10 Euro, zwei Batterie. So, los geht's. Doppelt. Alter. Wo? Wo geht die Aktion? Bei den letzten Schuss ist die umgekippt. Jungs, für 10 Euro auf jeden Fall machbar. Zweimal doppelt geschossen, hammergeil.